So, moin Leute, mir ist das Spiel abgeschmiert, als ich da war und ja, das hat mich aufgeregt und jetzt mussten wir wieder zurückgelaufen. Aber egal, okay. Nix hier, okay, ja, hat doch nichts zu sagen. Gut, dann müssen wir noch mit Saturas reden, glaube ich, und dann ab in den Tempel. Er sprach von einem mächtigen Schwert und den Kammern Adanus. Bei Adanus, was sind wir doch für Narren? Wie konnten wir nur so arglos sein? Die Hinweise in den Aufzeichnungen. Es kann sich bei diesem Schwert nur um die Klaue Belias handeln. Wir müssen so schnell wie möglich die Kammern überwinden und die Waffe in unseren Besitz bringen. Was sind die Kammern Adanus? Wir wissen jetzt, dass das Eingangstor nicht die einzige Hürde ist, um ins Innere des Tempels zu gelangen. Im Tempel selbst gibt es drei Kammern, die alle Eindringlinge aufhalten sollen. Die farbigen Reliquien der Erbauer sind der Schlüssel dazu. Nur wenn wir alle Reliquien beisammen haben und die Rätsel auf ihnen lösen, kommen wir ins Allerheiligste des Tempels. Ich weiß nicht, ob Raven die Rätsel des Tempels entschlüsseln konnte, aber falls dies der Fall ist, haben wir ein großes Problem. Was ist die Klaue Belias? Sie ist die Inkarnation des Bösen. Belia selbst hat sie erschaffen. Jeder, der sie trägt, verfügt über ein schreckliches Werkzeug der Zerstörung. Je mächtiger sein Träger ist, desto gewaltiger ist die Macht der Klaue. Nur jemand, der stark im Geiste und standhaft in seinem Glauben ist, kann ihrem Bann widerstehen. Jetzt ist mir klar, warum die Erbauer dieses Tal abgeriegelt haben. Sie hatten diese Waffe des Übels in ihre Stadt gebracht und verfielen ihrem Bann. Diese überheblichen Trottel haben sich aus Habgier gegenseitig umgebracht. Die Grausamkeiten kannten kein Ende, bis Adalos Zorn über dieses Land fegte und alles im Meer versinken ließ. Wahrlich, die Schöpfer des Portals taten gut daran, diese Dinge vor dem Rest der Welt zu verbergen. Welch ein tragisches Ende für so eine wunderbare Kultur. Erkennst du jetzt die Dringlichkeit unserer Mission? Raven ist ein starker Kämpfer und verblendet von seiner Gier nach Macht. In seiner Hand wird die Klaue zu einem Instrument der Vernichtung. Er darf die Waffe nicht bekommen, sonst sind wir alle verloren. Was genau soll ich mit den Reliquien im Tempel machen? Wir wissen zu wenig. Doch du wirst ihre Bedeutung hoffentlich erkennen, sobald du im Tempel bist. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr dazu sagen kann. Jetzt liegt alles bei dir. Nimm die Reliquien an dich und begib dich umgehend in den Tempel. Adalos möge dir. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Interessant. So. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, ab in den Tempel. Haben wir jetzt alle... Ja, muss... Was steht eigentlich drauf? Das haben wir nicht durchgelesen, so richtig. Aha. Interessant. So, Banditenlager, da. Nochmal die Rüstung wechseln. Ich bin ja nicht so doof. Und wenn wir im Tempel sind, was machen wir dann? Ja. Wir... Hören unser Dach-Neger-Rüstung wieder ansetzen. Und die Zeihung... Und die Zeihung... Können wir nur beiden, oder? Vier Stärkepunkte. Moment mal. Hab da ja noch so ne kleine Idee, bevor wir da reingehen. 30 Stärkepunkt. Das heißt, wir können 10 Stärker werden. Jo, machen wir. Nein! Hey, ich will stärken. Naja, es ist mir zu viel. Obwohl, es läuft dasselbe hinaus, also von daher... Ja, dann müssten wir jetzt eigentlich noch elf Lärmpunkte haben oder so. So, 18. Jetzt ist es... Was zu reden, oder? Wäre gesagt, ich. So, immerhin haben wir noch eine andere Woche. Ja, noch mehr Schaden macht ein bisschen. So, warten wir mal die. Es wird Zeit. In den Tempel... ...Adanos zu gelangen. Falls, wenn ich da richtig liege, mit Tempel-Adanos. Nochmal da, ein Double-Safe. Ne, 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 heute machen wir ein Triple-Safe, ne? Und das könnte sein, dass jeden Moment auf einmal wieder ich weg bin. Das liegt dann da, dass meine Festplatte voll ist. Ich habe nicht eben geguckt, ich habe... Das reicht, glaube ich, noch so... Also, das letzte Mal so für 10, 15 Minuten Aufnahme-Saschen, bla bla bla. Auf jeden Fall wundert euch bitte nicht. Dann muss ich das im nächsten Part nicht sagen, sofort. Warte. Und ich hoffe, es gibt jetzt, äh... ... mit mir aber das Spiel nicht, ob wir hier jetzt so eine Animation hin... Also, falls eine Animation so kommt, hoffentlich nicht. Auf jeden Fall. Steintoffel. 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 Aha. Hier, Hedra! A-Kantar! Es ist vollbracht. Wir haben die Pforte geöffnet, die in den Tempel führt. Hallo? hallo gibt es irgendwie eine farbe oder so nach du scheiße das erste rätsel ist jetzt schon da haben wir irgendwas warte ich mir noch gucken das könnten wir also gebrauchen ach du heilige kacke ja steinwächter ne also dann würde ich mal sagen lesen wir doch mal ein bisschen von diesen steintoffeln ab rote zuerst wir die letzten drei anführer des rates der fünf haben die kammer des tempels mit fallen versehen und den eingang versteckt auf das schwert nie wieder das teils ich erblicke okay dann kommt jetzt mal das mir sagt das alles irgendwie nicht so recht was was hatten wir da gelb rot violett jetzt kommt blau jetzt noch mal grün oder wie jetzt oder leckt mich her kommen wir erstmal das ja interessant das scheint richtig zu sein das scheint falsch zu sein also der erste ist ganz links würde ich mal sagen dass das nächste das hier nein haben wir noch zwei möglichkeiten okay ich habe nämlich keine ahnung wie das geht also das anders und dann nehmen wir mal das ganz rechts gott und dann nehmen wir mal nein ich weiß nicht was ich davon halten soll bestimmt eine falle hier weiß ich dass ganz rechts der weg der gute weg ist also und ich weiß dass wir auch steinwächter hocken ja hier weiß ich nicht was ich ja doch ich weiß was ich machen soll aber es ist ziemlich dunkel deswegen fackeln an und lücken mal lücken was ist der richtige weg und welcher ist der falsche das klärt sich doch gleich schon wo nein verdammt ich weiß dass die mitte vor ihr ist haben wir keine facke mehr das ist aber nett gut liegt da unsere facke jetzt genau da gegenüber ja ist nicht wahr jetzt reicht's das mache ich dann ein bisschen geschickter snappercard und voilà nein ich dachte das geht na gut dann nicht dann nicht dann nehmen wir nochmal eine facke in der hand und springen unser glück rein äh zack wow nein aber echt gemein diese falle ne also die mitte oder ach ich weiß die kommunikation glaube ich jetzt hm 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 du leut oder hier neben stehne ich hab doch alles gemacht ha dachte zeit dreht sie hier in irgendwie Warte mal. Wie öffne ich die Bewege an den Hebeln? Irgendein? An diese Hebeln? Nein. Du... äh, ich glaub dir nicht. Ich glaube. So. Ich... wie du willst. So, leider können wir nicht angreifen. Und bevor wir weiterziehen... ja... wir haben ja noch eine bessere Rüstung. So. Einmal probieren wir jetzt mal den. Ich glaub ganz links... Aaaaah! Immerhin! Eröffnet sich! Hm. Wie war das? Ich dachte ganz links, ganz rechts und dann mitten. Ne, das kann ja nicht sein. Ne, das war der hier, oder? Mann! Ich mein, das wäre der... so in diesem Eckbereich gewesen. Hm. Oder auch nicht. Dann war es der... wenn es der nicht da rechts ist... und von der Ecke her... dann muss ich es wirklich nicht. Interessant! Ach! Boah! Boah! Wir sind Raven ganz nah, ne? Ach, du heilige Kage! Puh! Boah! 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 Ich weiß sie wollt mich angreifen, ich kenn' euch doch! Nο NA RA ONO. Oh.